Es tut mir so leid, Spaller, aber ich hab halt nen Schuss abbekommen und ich weiß, in meiner Nähe. Ja, ich hab erst Sputti vergiftet, wollte dann durch die Scheibe abtrauen im Haus, bin aber aufm Stein gelandet. Aber ich glaub, die Bombe... Deswegen ist der, wo ich jetzt gerade so lache. Die Bombe hatte Seenadog, glaub ich, noch mitgenommen, oder was? Blubster, Blubster, Blubster? Die Bombe hat mich noch mitgenommen. Ja, und Seenadog, glaub ich, ja. Oder irgendwas? Ja, irgendwas hat mich plötzlich weggerissen, keiner. Fuck you, Granate! Ich bin Innocent, ich bin Innocent. Ah, hättest du fast... Anitas hat ein Esars Schwert, komm wir machen... Tchuuu, tschuuu... Was, Valt, hast du Helm? Tchuuu, tchuuu... Nein... Hast du nen Goldblock irgendwo gesehen? Na, Blubster verfolgt mich, Blubster verfolgt mich im Eiffelturm. Ja, weil ich da rum will. Wir haben Helm, 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 Helm. Helm, 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 Helm. Vertrau dir, Valt, du bist Detektiv. Irgendwer schießt. Ohaio! 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 Ohaio, und wo sei Masse? Oh, Spaller hat geschossen. Wenn ich sterbe, ist es Sputti. Ohaio, auf wen hast du geschossen? Ja, Ohaio! Mit dem Goldblock kann man die Traitor sehen. Ohaio, auf wen hast du geschossen? Ja, du hast noch so'n... Ah, wen hast du geschossen? Bam! Welche Wand? Was ist das für eine Wand? Traitor-Wund. Sehr, 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 da du... Anitas! Geh doch mal rein und guck, ob du überlebt. Dann weiß nicht, ob du Traitor bist. Ich vertraue Spaller nicht. Geh rein! Geh rein! Und wenn du überlebt... Ihr... Aufpassen, die Traitor können den Glasboden entfernen. Hallo, Sputti. Hallo, Jodo! Wir haben keinen Goldblock gesehen. Goldblock... Ich hab keine... Goldblock! Der Cockblock! Granate ins Nicht! Also, wie fühlst der schon wieder Granaten? Smoke! Auch kein Goldblock. Wo ist der Goldblock? Wo ist er? Oder? Ja. Mit mal den Goldblock hier unten? Oder... Was ist der Goldblock? Erklär mir das mal. Der sieht aus wie ein Goldner Block. So gehen einfach. Okay, und was dann? Musst du mit dem Magnetstick aufheben und in das Holzhaus bringen. Boop die Gäste. Mepfie? Wo? Wo's denn? Denn, was ist der Traitor? Oh, 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 oh! Irgendwas sniped aus dem Turm, glaub ich! Mein bulbot! beide ich habe beide eben den hat schon mal die trotz gesprungen macht man die tausendheit das ist eine leiche aber auch ich habe mich was freilich das leite also bist du ziemlich sicher dass spanner ist nein ich weiß es nicht aber wenn ich das hat es gesagt habe ich gesehen und die richtung gesehen einmal etwas wurde getötet und der war dort in der nähe ich bin in die facke gelaufen jetzt in den kopf traitors. Ballerino. Schade komm ich nicht rein. Dann wärs gestorben glaub ich. Ich bin Rutter auf 38 Lebenspunkte. Ja, ich bin's. Oh, ich baller den Sputti. Sputti schießt, Sputti schießt und Sputti war ein dreckiger Traitor. Und damit habe ich den Death von Baller und Vi confirmed. Das heißt, es leben noch Yoda, Bonitas, Senador, Blubster. Wir spielen auch Innocent. Ah, oui, oui, Innocent. Oh, je. Oh, Innocent. Wo ist der Goldblock? Irgendwie bin ich denn? Wem macht der Goldblock? Der Goldblock ist Innocent. Schwimmen bei euch? Sind bei euch manche auch in dieser Schwimmanimation gefallen? Ja, das ist immer, wenn sie im Wasser waren. Wer ist da drüben? Advanced Pop? Vanitas, Vanitas und da unten ist noch der Meister Yoda. Ja, but I don't see the Goldblock. Sind wir drei noch am Leben, oder? Blubster lebt noch, oder? Blubster und Senador müssten noch leben. Fuck, da war ja noch einer bei mir. Scheiße. Wer war? Oh, der Kopf war grad voll in meinem Visier. Da musste ich abdrücken. Ich hab drei Leute auf gewissen. Hast du Senador erwischt? Ich hab Blubster erwischt. Senador glaub ich nicht, oder? Ich bin selbst gestorben. Ich wollte mal gucken, was ein Traitor-Room ist. Aber da wird man irgendwie selbst handgestorben. Blubster und Vanitas. Wenn du nicht Traitor bist, würdest du da. Warum heißt das Traitor? Du mit dem Traitor dabei? Ich bin Innocent. Ich überleg euch nochmal. Ich hab den Goldblock. Ich hab den Goldblock gefunden. Ich habe einen... Mein... Oh. Ich glaub ich... Ich glaub ich hab irgendwen mit dem Minecart umgebracht. War nicht das? Das war ich. Sind wir Freunde? Wen hab ich umgebracht? Wen hab ich umgebracht? Vielleicht? Leute, Leute, Leute. Zum Traitor-Tester. Ich weiß nicht. Ah, da war es. Es war ein Traitor. Sorry, Mike. Mir ist das Minecart ausgerutscht. Ich bin die Innocent. Okay, Yoda hat einen Traitor getötet. Das muss da jetzt Innocent reichen. So. Zum Traitor-Tester. Zum Traitor-Tester. Vance hat den Goldblock. Irgendwer schießt. Irgendwer schießt, oder? Nee. Traitor-Tester. Wo ist der Traitor-Tester? Den muss man unten irgendwo hinstellen, ne? Den musst du oben reinstellen. Hier, wo das Ding steht. Ah. Okay. Und dann? Dann muss da einer rein. Dann geht man runter in den Tester. Nein, hier oben rein. Oben rein. Unten ist die Falle. Okay. Oben rein. Plups, da geht er rein. Wo rein? Und dann gehen wir jetzt hin. Was? Warte, jetzt muss man… Ja, es ist. Was muss man machen? Fest den Hebel, oder? Was steht da? Ulalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala! Okay, habe ich nur Innocent People getötet? Ja. Wo die Spaller der letzte Überlebende war, weil wir alle in einem Raum waren außer Spaller. Schade. Das hätt gut klappen können, Vance. War ne gute Tag. Ja, fand ich wirklich gut. Ich hab auf sie gezielt, die nicht mitgegangen sind. Sie sind ganz bestimmt. Sie sind ganz bestimmt. Ich werde jetzt erstmal ein paar Runden niemand töten. Sorry nochmal, Raik, das war nicht so gut. Oh, das ist ja der Innocent. Wir suchen mal nach dem Block. Ops, sorry, das war ich. Ist das hier eigentlich für eine beschissene Waffe? Das ist deine Traitor-Stimme. Ja, schieß mich doch. Ich will kein Karma verlieren, die anderen soll ich das schießen. Yoda, Bodyguard. Bodyguard. Was ist das für eine beschissene Waffe? Das sieht aus wie eine Sniper, aber irgendwie... Irgendwie doch nicht. Oh, Granate. Hältst du dich links? Statt rechts? Das wäre da nur ein Blockstar. Dann ist das dein Problem. Und das? Oh, wer ist da drin? Kann ich drücken? Mach das Ding an. Oh, hab ich hier schmeißen? Aua, ich blende. Ja, weiter. Mit E anklicken. Warum läufst du mit Granate rein, for fuck's sake? Weil ich im Haus war. Du, mich schon wieder verletzt. Ich teste das Ding. Ich verletze mich mit Granaten, die nicht für mich bestimmt sitzt. Nee, eigentlich müsste... Ich glaub, es stand zu meinem Chat. Hm. Hat irgendwann den Goldblock gesehen. Warte mal, ist das ein Fake-Tester? Nee, das ist der richtige Tester von mir. Ja, woher will ich das wissen? Weil ich ihn gelegt habe. Und ich dir sagen kann, dass ich ihn gelegt habe. Aber ich drück drauf und... Aber irgendwie... Das klingst du mir keine, das hat das richter in meinem Chat dann gepostet. Lalalalalalalalalalalala. Was?! Wer hat alles überlebt? Ich hab' überlebt. Leuch. Ich seh nur mal. Der hat den Eing erwischt! Mie war in Ordnung. gestorben sind da aus fünf kilometer geflogen war der ich rette dich ich hole dich an land ich bring dich in sicherheit ich werde dich identifizieren um zu gucken werde ich umgebrochen wenn jetzt jemand die yalla bombe zündet seid ihr alle tuen oh scheiße du hast recht senador ist durch eine bombe gestorben the last person say saw was meister yoda oh nein sie denken ich war der killer ich fände die waffe scheiße ich bin immer noch da oben warte mal wie das war jetzt gut zu wegwerfen ah besser irgendwer schießt mit einer shotgun was sputti was scheiße hab ich runtergeschubt nein nein und dann nimmst du dir noch die band jetzt ganze zeit traitor ist ja ich hab zwei getötet ich hab auch zwei auf dem gewissen hast du denn zwei grad nur nicht zu kürzen denn noch sind da doch noch ja danke fürs retten yoda kein problem es war mein job ich war detektiv ich bin torrote bombe banz aber das hilft dann nicht schwimmbadetektiv banz ist nicht der beste traitor partner das gibt übrigens auch wackingball das ist dasselbe nur mit anderen titeln wer schießt hier wer schießt hier ganz schön viel du kannst hier oder wieder aus spaß nein ich war's nicht ist irgendwo draußen ich verlang nicht mehr ich weiß dass er detektiv ist aber nicht nur du da schießt wer ist denn wenn der so gut schießt wer schießt denn mal das ist spalla der ist verrückt wenn ich jetzt einen schuss von spalla einschiebe das ist ein beweist dass er ins wasser das ist rum hallo ja was ist denn mit spalla los aber wenn ich dir schießt ist er so was wie toll darf ich ihn einfach erschießen weil es nervig ist dürft ihr ihr habt ihr erlaubnis auch wenn ich nicht der detektiv fike fike lebst du da noch fike so ich dachte weil du grad blubster geschrien hast oh das war ein turm das explodiert hallo hallo danny treo darf ich spalla töten weil er nervt ich bin nicht besser aber ich will ihn einfach nerven sich du musst dir detektiv nachher nachher wer ist detektiv fike darf ich spalla fike darf ich ist blubster verwundet ja ich bin ausgesehen wo runtergefallen oh fuck nein es ist spalla nein das dubstep gun rette sich verkannt boah wie bin ich da noch rausgekommen fuck es war spalla weil ich bin spalla hinterher gelaufen und da ging das Ding hoch auf das war los jetzt palla muss sein aber der hat sie glaube ich überlebt die Aktion Yoda ist auf der hat ne traiterwaffe auf jeden fall gut weh Yoda Yoda und spalla Yoda hat ne traiterwaffe das ist wo Yoda und spalla sind oder seid bei mir ich vergesse immer die waffe nachzuladen vorher du wärst schon tot gewesen blubster aber musst die immer nachladen wenn man sie kauft das ist scheiße wo seid ihr also es sind Yoda und spalla welches spalla ich bin innocent es ist blubster tötet blubster tötet ihn er schießt auf mich wo ist er wo ist er aufm turm es ist doch Yoda Yoda ich bin innocent ich bin innocent ich bin innocent okay er war es nicht war das nicht klar naja du bist halt so fest in alien ja weißt du wenn ich ob spalla seine Aktion überlebt hat mit der Bombe ist auf jeden fall still gute zeichen wer hat da geschossen weißt es nicht verlebt überhaupt wen muss ich noch töten hihihi hihihi Senador Senador wo bist du Senador komm raus Hilfe ich mach mich angst ich bin ein du machst mich angst junges Senador ich hab schöne Male erschossen und dann schnell die Leichen verbrannt damit sich keiner sieht ah weg mit den Leichen ja ich hab mit dem Lobster und Sputti gekümmert ich musste Vanitas töten er hat sonst wieder meine Bombe gesehen wer war jetzt der andere Faggot du und ich es war Advanced und Yoda Drecksäcke ja Vanitas wollte wieder zu meiner Bombe rennen da musste ich ihn töten Advanced hätte ich fast gehabt aber er ist irgendwie verschwunden wer hat denn von euch das Ding in dem Turm gezündet wie darf ich es abkennen das war ich innocent du bist Traitor ich bin Detective ich bin innocent ich kann mit der Antwort mit umgehens dann soll ich ihn in den Kopf schon setzen hallo wir müssen in den Goldboxen hallo irgendwie lagts bei mir ist das wenn man ins Wasser springt eigentlich egal von wie hoch man das macht bei mir lagts nicht solange du im Wasser landest ja bei mir hat's immer nur gelaggt wenn wir gejoint ja es sind zu viele Leute um mich rum oh meinst du kannst du nicht wir sind da oben blubster wohnt im Dach blubster wohnt im Dach ich wohne da immer schießt huch was da schießt jemand da schießt jemand es ist schießt bei Vans nein ich bin mit dem Lava gelandet fuck labern nicht ah fuck ich bin tot willst du mich da schießen blubster willst du mich da schießen willst du mich da schießen nö nein ich bin fast tot nö will ich nicht ich glaub blubster hat mich angegriffen waa wer schießt da wer schießt auf dich ich bin mir nicht sicher ich glaub es ist Spaller der meins schießt hier schon wieder so weit rum so wie ich immer das darf nur ich lebt euch los tötet mich verliert euer Karma verliert euer Karma ich seh dein Goldblock nicht irgendwer hat ihn schon vernichtet verliert dein Karma ein böser Traitor hat ihn vernichtet hallo Warnitas ne lass mal die Insel kann man als Traitor wer ist jetzt schon tot Sputti ist schon tot oder er hat sich selber umgebracht echt wie geht das einfach mit E einfach mit E warte mal warte mal ok er war innocent aber er hat geschossen ja er hat geschossen ja er hat geschossen ich hab nämlich gerade Schüsse gehört ich dachte schon oh hallo hallo na hallo hallo da sind es ja immer noch zwei es sei denn Sputti war einer aber ich weiß nicht woher er sich selber umgebracht hat war er jetzt oben im Turm ja das klappt gar nicht Sniper Sputti sich umgebracht ich schmeiß noch ein paar Granaten zum Sputti woher lieber bist du und ein bisschen die oh ab ins Wasser hallo 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 es sind so schön von dem kam das kam nicht von mir Spaller Spaller könnte es natürlich sein doch vom Turm aus muss er keine Angst haben natürlich hm hopp sorry es müssen aber immer noch zwei sein Sniper Shotgun ah ne das ist Spike oder es war immer noch Sputti aber ich weiß nicht woher gelandet es ist eigentlich wieder was ne es ist ja wieder oben weg geflogen und gesnipe vom Turm glaub ich mit ner Shotgun Spaller ist grad vom Turm gefeuern kann das denn ok wer war's wer war's get owned welche zwei waren's ok einen innocent hab ich erschossen also Wyke war's und wer noch das weiß ich nicht Wyke hat mich im Nether umgebracht war Sputti der zweite ich weiß nicht ich weiß nicht nein Dupter war's nicht ich dachte es wär Dupter aber Dupter so ja ich danke mich fürs zuschauen bis zur nächsten Folge tschau tschau